So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go bzw. Breaking News. Ja, ich habe gerade zwei Eier gegessen, das sind aber nicht die Breaking News. Ich habe nämlich kein Brot mehr gehabt dazu, deswegen musste ich die so essen, wie sie waren. Ich habe aber Chili-Soße, so vom Chinesen, zack, Flying Goose, draufgeknallt, dann geht das schon. Auf jeden Fall Breaking News, das Pokemon Go-Fest wurde angekündigt im Juli 2021 und wie herrlich ist denn das Datum bitte? 17. Juli bis 18. Juli, am 16. Juli habe ich Geburtstag, ihr kennt bestimmt alle den Film, ermordet am 16. Juli, am 17. und 18. dann das Go-Fest, das wird ein richtiges Schlachtfest, sage ich mal dazu. Ja, und das war es eigentlich schon, ne? Peace out, vorhaut euer Schilling. Nein, also Schilling hat ja ein Video darüber gemacht, glaube ich, aber ich habe es nicht geguckt, ich durfte es nicht gucken. Ich denke mal, er hat ein Video vorbereitet und weil das Breaking News kam, hat er vorne kurz das reingeschnitten und so gesagt, hier, da ist es Datum und jetzt weiter zu dem eigentlichen Video. Ich möchte mich jetzt aber trotzdem, ich möchte den Hype und die Klicks mitnehmen, wenn ich das als Thumbnail reinpacke, bin ich ehrlich. Dass ich das in den Titel schreibe, bin ich ehrlich, aber ein Video trotzdem direkt darüber machen. Denn es wurde auch schon angekündigt, dass es wieder ein globales Event wird. Das hat jetzt Vorteile, das hat Nachteile, jeder kann was anderes für sich finden, was er gut und schlecht findet, was überwiegt. Ihr seht, es ist im Prinzip auch gar nichts darüber bekannt, das ist der ganze Artikel schon. Es ist dieses eine Bild, das Datum wurde bekannt gegeben. Alles, was bisher bekannt ist, findet ihr hier. Aufgrund des 25. Jubiläums von Pokémon und des 5. Jubiläums von Pokémon GO kündigt Niantic das diesjährige GO-Fest als unvergessliches Event an. Lässt aber noch offen, wie ähnlich es seinem letztjährigen Vorgänger globale Herausforderungen, Team-GO-Rocket, Victini-Forschung ist. Sobald mehr darüber bekannt ist, werden wir euch informieren. Etwas mehr als pokefans.net steht hier aber trotzdem bei der GO-Games-Seite. Aber da sind keine neuen Infos, sondern Spekulationen, was wir eben im Stream schon ganz kurz behandelt haben. Nämlich das Pokémon Meloetta. Meloetta ist ein mysteriöses Pokémon der 5. Generation. Es besitzt eine Gesangsform und eine Tanzform. Auch wenn es sich hierbei um eine Spekulation unsererseits handelt, sind wir ziemlich sicher, dass Meloetta das mystische, das mysteriöse, ist das ein Unterschied, mystisch, mysteriös, das mysteriöse Pokémon des Events sein wird. Das Logo des diesjährigen GO-Festes zeigt eindeutig Musiknoten, was auf ein musikalisches Pokémon wie Meloetta hindeutet. Ja gut, aber Chirachi, als das reinkam, da waren ja auch die ganzen Vieh hier drumherum singend und tanzend und klatschend und vielleicht führen sie auch einfach nur, äh, Chirachi gesagt? Ja, vielleicht führen sie einfach nur Shiny Chirachi ein. Fertig. Das wird sicherlich auch irgendwann mal kommen, aber vielleicht nicht dafür. Das muss eigentlich was Neues sein, deswegen. Hinzu kommt, dass im Text der Ankündigung Stay tuned steht. An sich keine unübliche Formulierung, denn sinngemäß übersetzt heißt dies nur, bleibt gespannt wie in Bettlagen. Die Tatsache, dass Tune jedoch kursiv geschrieben ist und Tune auch gestimmt im Sinne von musikalischem Klang heißen kann, ist ein weiteres Indiz für diese Pokémon. Joa, was denkt ihr? Meloetta? Habe ich noch nie gehört, bis jetzt im Artikel, dass ich da das erste Mal gehört und gelesen habe. Wir machen aber das hier wieder drauf, ist übersichtlicher und ich möchte trotzdem ganz kurz noch ein bisschen Senf abgeben, denn... Wart ihr schon mal bei einem GO-Fest? Die allerersten GO-Fests waren ja damals Chicago. Das ist für viele unerreichbar. Da gab es auch das Fragezeichen-Ikognito, seitdem nie wieder bei keinem anderen GO-Fest. Marco auch im Stream vorhin noch gesagt, ja, die könnten ja mal das Fragezeichen machen. Wenn das jetzt aber wieder global ist und jeder kann mitmachen und die würden da zum Beispiel ein Ikognito-Fragezeichen reinbasteln, dann hätte... das wäre ja nicht mehr selten. Das ist das seltenste Ikognito, das seltenste Pokémon mit als Fragezeichen Ikognito. Wenn es jetzt für jeden einfach im Event spawnt, hat es halt wirklich gar keinen Reiz mehr. Fände ich also gut, wenn das nicht kommt. Auch wenn mir das natürlich fehlt. Wie so vielen anderen auch da draußen. Globales Event, globales Event. Wie gesagt, wart ihr schon mal bei einem GO-Fest? Ich war damals in diversen Safari-Zonen. Wer den Kanal verfolgt, weiß das ja alles. Safari-Zone in Oberhausen. Safari-Zone in Gera. Safari-Zone in Prag. Safari-Zone in Dortmund. Dortmund-Westfalen-Park wurde ja dann sogar ein Jahr später das GO-Fest, das allererste Mal ein GO-Fest in Deutschland, aber auch im Westfalen-Park gemacht, stattgefunden, sonst was. Ich war da dort mit Pupsi, mit Iswo. Wir sind zusammen da hingefahren. Wir hatten einen Abstiege in Daddeln. Das war sehr cool. Das war auf so einem Campingplatz, aber wie so ein Bungalow. Wir waren da drin, haben da gehaust. Das war sehr günstig. Da war so ein Bauernhof daneben. Da war ein Rehkitz. Da war ein Esel. Da waren Pferde. Also das war auf jeden Fall eine schöne Sache. So eine Unternehmung, so eine Reise zu machen, wohin zu gehen. Viele sagen, ah, Hotelbuchen, 500 Euro die Nacht, nicht mit mir. Man musste halt ein bisschen tricksen. Wir sind halt dann noch ein bisschen gefahren vom Hotel bis zum Park. Aber wir hatten eine schöne, günstige Übernachtungsmöglichkeit. Und es war ein richtig heftiges, besonderes Erlebnis. Das brennt sich bis heute ein. Wir haben beim Go-Fest... Ähm... Hong? Hong habe ich beim... Nicht beim Go-Fest. Hong habe ich bei der Safari-Zone in Dortmund getroffen. Ein Jahr davor. Beim Go-Fest selber ein Jahr danach habe ich ihn in dem Moment nicht gesehen. Aber BisaFanTV... Wir haben BisaFanTV getroffen. Live. In Farbe. Das war auf jeden Fall richtig cool. Der ist mit uns rumgelaufen. Ich habe gedacht, ich kenne ihn schon mein ganzes Leben lang. Äh... Das sind Erinnerungen, die bleiben, ja. Das schweißt irgendwie zusammen. Wir haben schöne Videos von dort gemacht. Die Aufbauten da. Du hast wirklich gesehen. Du kommst in den Bereich. Da sind... Da ist Wasserfall. Da ist alles tropisch eingerichtet. Hier sind jetzt die Wasser-Pokémon vermehrt. Du kommst da rüber. Da ist ein Vulkan aufgebaut. Da sind Steine... Sonst was. Das waren Bemalungen. Das sind die Fels-Pokémon. Das sind die Gesteins-Pokémon. Das war das Go-Fest. Das war richtig krass. Das war richtig heftig. Es gab so viel zu essen. So viele verschiedene Sachen. Da sind so viele Leute rumgerannt. Da waren alle richtig am Sucht mit 50 Handys in der Hand. Äh... Da waren die Japaner. Da waren die Franzosen. Da waren die Mexikaner. Da war das Kartell am Start. Und die Yakuza. Da waren alle auf jeden Fall da. Das war richtig genial. Und sowas ist doch das Go-Fest. Letztes Jahr. Global. Weltweit. Okay. Ich habe nicht den Unterschied gemerkt. Ist jetzt gerade ein Go-Fest? Oder ist gerade ein Community-Day? Oder ist gerade einfach... Äh... Begrenzte Forschung. Drei Stunden mit irgendeinem Pokémon. Du warst halt einfach bei dir. Hast dieselbe Location. Hast dieselben Leute, wenn du überhaupt noch Leute hast. Oder hast halt einfach nur auf dem Sofa gesessen. Rauch angemacht. Also... Es war nicht dasselbe. Deswegen für mich eindeutig. Ein Go-Fest wieder irgendwo an einem Ort. Wäre das Maß der Dinge. Denn viele fragen auch immer, wie sieht es aus? Mal mit einem Fan treffen oder so. Oder irgendwas. Machst du da mal was in der Richtung Ramses? So ein Go-Fest wäre doch die optimale Gelegenheit. Wenn ich am Start bin. Bisa Fan TV am Start ist. Sabrina am Start ist. Oder so. Melanie am Start ist. Alle am Start sind. Ich pup sie einpack. Adi einpack. Ist wo einpack. Hannes beikommt. Und Thomas vorbeikommt. Der Marco. Der Biala. Der Daniel. Der Jojo. Die Paula. Die Julchen. Sonst was. Der ganze Chat. Tiva. Tiso. Eins, zwei, drei. Kid. Ey. So viele Leute. So viele Namen. Alles hin und her. Wenn die ganzen Leute da kommen und da mitmachen und alle da rumwuseln und dann plötzlich ey ich glaube da ist Ramses und dann kommt die ganze Truppe und unsere Truppe und dann richtig Bäm und man lernt sich kennen und macht mal was. Aber klar Corona geht nicht deswegen global. Aber das wäre für mich auf jeden Fall das Beste und das Chilligste und dieses Ambiente und dieses Feeling und diese Atmosphäre aufzuschnappen und zu atmen und bach. Natürlich waren wir damals nur einen Tag dort, weil ein Tag Ticket und dann zack. Das ist halt der Nachteil. Wenn du das global hast, das fehlt halt alles. Aber was ist der Vorteil, wenn das global ist? Es kann einfach jeder mitmachen. Beim Go-Fest ist es natürlich so, wenn ihr einen Park habt, es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Es passen nur so und so viele Leute in den Park rein. Also gibt es nur so und so viele Tickets. Sagen wir mal, die verkaufen 100.000 Tickets. Wenn die weg sind, sind sie weg. Dann könnt ihr nicht mitmachen. Dann könnt ihr da hinfahren und könnt draußen stehen und zugucken, wie die anderen spielen. Dadurch, dass das global ist, gibt es keine Begrenzung und wirklich jeder kann mitmachen. Ihr müsst nicht fahren, ihr müsst nicht fliegen, ihr müsst nicht reisen. Ihr braucht keine Übernachtung, ihr braucht kein gar nichts. Ihr könnt euch selber einteilen, gemütlich mit euren Leuten vor Ort bei euch spielen. Auch wenn ihr nichts Neues seht, ihr könnt euch wenigstens aus. Habt eure Hotspots da vielleicht. Es wird wie gesagt keiner ausgegrenzt. Niantic hat noch mehr Einnahmen, weil einfach wirklich jeder was kaufen kann. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil für die meisten. Denn die Jüngeren dürfen nicht reisen, weil die Eltern sagen, sowas mache ich nicht mit. Alleine dürfen sie nicht. Oder die Älteren, die jetzt nicht so gut sind, zu Fuß, zu Dingen, sagen, oh, das ist mir zu weit. Das geht nicht. Ich hab hier, kann ich nicht. Es hat alles Vor- und Nachteile deswegen. Mich, wirklich, für mich interessant, wart ihr schon mal bei einem Go-Fest? Wart ihr in Dortmund beim Go-Fest? Oder wart ihr mal in der Safari-Zone und wie findet ihr das? Findet ihr das gut, dass es wieder global ist, dass es so gelöst ist? Man hat auch dann direkt zwei Tage zum Spielen. Seid ihr eher die, die sagen, ach, mir eigentlich egal, ob ich dort bin oder hier. Hauptsache, ich hab die Spawns. Egal, wo die sind. Oder seid ihr eher so, Go-Fest muss einfach an einem bestimmten Ort sein. Und alle müssen zusammenkommen, sonst ist das nicht Go-Fest. Seid ihr eher die Fraktion wirklich, die sagt, das Go-Fest ist nicht mehr das Gleiche. Oder sagt ihr, so wie es jetzt ist für alle, so müsste es auch nach Corona bestehen und fortgeführt werden. Weil so einfach jeder mitmachen kann. Das sind bestimmt zwei Lager, die sich aufspalten. Aber wie gesagt, mehr wissen wir noch nicht. Es muss auf jeden Fall was richtig heftig Großes sein. Denn das 25. Jubiläum insgesamt und das fünfte Jahr Pokémon, das sind zwei heftig große Sachen zusammen. Und deswegen sind wir alle gespannt. Das Bild hier sieht auf jeden Fall sehr harmlos aus. Das ist nix. Da ist wirklich nur Mist. Guckt da weg, macht was anderes drauf, keine Ahnung. Aber schreibt eure Meinung drunter. Seid ihr gehypt? Habt ihr Bock? Werdet ihr euch ein Ticket kaufen? Egal wie teuer oder wie teuer darf das Ticket sein, dass ihr euch noch eins kauft. Wenn das jetzt 30 Euro kostet, seid ihr raus. Oder sagt ihr, nee, ich gebe nie Geld aus, auch für sowas nicht. Schreibt mal irgendwas rein, würde mich interessieren. Wie gesagt, wart ihr schon mal bei sowas dabei? Findet ihr das besser, wenn das an einem Ort ist, begrenzt? Oder wenn das für alle ist, zu Hause? Und wie teuer darf so ein Ticket sein? Und was denkt ihr? Ich rechne so mit rund 20 Euro, vielleicht etwas günstiger für zwei Tage. 20 Euro, denke ich mal, ist das eine gute Sache. Investiere ich auch für mein Hobby? Da mache ich keine Abstriche. Das passt schon so. Ist mir also wurscht. Das war es jetzt von dem kleinen Video. Nochmal zu Abend noch schnell rausgehauen. Noch schnell den Hype mitgenommen. Und jetzt schnell noch in Rewe gegangen. Und schnell noch irgendwie eine Scheibe Toast mitgenommen. Ich habe nämlich noch gesehen, neben den zwei Eiern lagen noch eine Scheibe Salami. Und jetzt ist mir eingefallen, wenn ich Toast kaufe, kann ich diese eine Scheibe Salami ja eigentlich auch noch essen. Also, wir sehen uns morgen in der Raid Mania. Und bei Raider Mittwoch. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.